In der schwach beleuchteten Bibliothek saß das Woinich-Manuskript unter dem Licht einer einzigen Lampe. Seine Seiten sind mit der Zeit leicht vergilbte, aber immer noch lebendig in ihrem Geheimnis. Als Dr. Emma Hayes die Seiten durchsuchte, konnte sie den Druck spüren, Geheimnisse zu entdecken, aber es scheiterte. Doch Hoffnung weckte in ihr, als technologische Fortschritte bedeuten, dass das verlockende Rätsel endlich seine Geheimnisse aufgeben könnte. Computer hatten jetzt sprachliche Vergleichsalgorithmen angewendet, um den Text der Manuskripte mit einer riesigen Datenbank von Sprachen sowohl moderne als auch antike abzustimmen. Trotz Millionen von Berechnungen blieben die Ergebnisse zweideutig. Einige Wörter spiegelten natürliche Sprachstrukturen wieder, andere erschienen völlig willkürlich. Dieses unregelmäßige Muster führte zur Theorie, dass die Manuskriptsprache bewusst verwirrend erfunden wurde, um den Intellekt zu testen. Theorien waren reich. Eine besonders verlockende Eins war die Idee, dass Leonardo da Vinci selbst das Manuskript geschrieben hatte. Sein großes Interesse an Botanik, Anatomie und Astronomie passt zu den detailreichen Illustrationen der Manuskripte. Hätte es ein privates Kompendium seiner Experimente gewesen, das in einem nur ihm bekannten Code geschrieben wurde, ohne irgendwelche Beweise? Es blieb genau das. Eine Theorie, die am Rand der Möglichkeit tanzt. Unter den Gelehrten war das Woinich-Manuskript sowohl eine Sirene als auch ein Felsen der Frustration und Faszination. Ein unlösbares Rätsel, möglicherweise absichtlich so entworfen, um das Verständnis zu verhindern. War es bloße Kunst gedacht, ewige Fragen zu provozieren? Oder hat es einmal eine Botschaft vermittelt, die ein AI eines Tages entdecken könnte? Dr. Hayes schloss das Manuskript und ihre Finger folgten den komplizierten Zeichnungen entlang. »Was versteckst du?«, flüsterte sie, ihre Stimme brach kaum die Stille. Vielleicht würden eines Tages die Codes gebrochen werden, die Wahrheiten enthüllen, die darin liegen, oder bestätigen was. Einige glaubten, dass das Manuskript immer dazu gedacht sei, seine Geheimnisse heftig zu bewahren. Ein Beweis für die neugierige Natur der Menschheit und die Geheimnisse, die sie schätzt. Stellen Sie sich vor, ein altes Buch mit geheimnisvollen Symbolen, unverständlichem Text und Pflanzen, sowie Himmelsfiguren, die noch nie gesehen wurden, zu öffnen. Dies ist das Woinich-Manuskript, vielleicht das faszinierendste und unentschlüsselbare Buch der Geschichte. Seit seiner Entdeckung forderte es Wissenschaftler weltweit heraus. Niemand konnte seine Texte entschlüsseln oder die Zeichnungen völlig verstehen. Könnte das Manuskript ein mittelalterliches Wissenschaftsbuch, ein alchemisches oder esoterisches Handbuch sein? Oder möglicherweise ein ausgeklügelter Betrug geschaffen, um zu verwirren und zu beeindrucken? Heute tauchen wir in die Welt der Theorien und Versuche ein, das Rätsel des Woinich-Manuskripts zu lösen, ein Buch, das bis heute unerklärlich bleibt. Die moderne Geschichte des Woinich-Manuskripts begann 1912, als der polnische Buchhändler Wilfried Woinich es von einem italienischen Kloster kaufte. Was vor ihm lag, war ein altes Buch aus dem 15. Jahrhundert, aber sein Inhalt war völlig anders als jedes andere Werk der Zeit. Das Manuskript hat mehr als 240 Seiten, die in mehrere scheinbar thematische Abschnitte wie Botanik, Astronomie, Biologie und Medizin unterteilt sind. Allerdings erscheint keine der illustrierten Pflanzen real und die Schrift in einem unbekannten Alphabet entspricht nicht einer dokumentierten Sprache, vergangen oder gegenwärtig. Die Wörter folgen nicht normalen Mustern und erscheinen in einigen Fällen fast zufällig, als ob jemand ein ganzes Sprachsystem erfunden hat. Seit den Manuskripten haben die Entdeckung, Gelehrte, Linguisten und Kryptografen versucht, es zu entschlüsseln. Während des Zweiten Weltkriegs widmete die US-Regierung ihre Kryptografen dem Woinich-Manuskript, aber es gab keinen Fortschritt. Auch mit den Fortschritten in der digitalen Kryptografie und künstlichen Intelligenz heute bleibt das Schreiben des Woinich undurchdringbar. Die anspruchsvollsten Sprachverarbeitungsalgorithmen können noch kein klares Muster im Skript des Woinichs identifizieren. Es gibt wiederkehrende Strukturen in den Wörtern, was einige Forscher glauben lässt, dass der Text einer internen Logik folgt. Ob es eine echte Sprache ist, bleibt eine offene Frage.